Wer sich als Sänger jeden Wunsch erfüllt hat, wer eigentlich alles gemacht hat, was man machen konnte, der steht vielleicht irgendwann vor einem dunklen schwarzen Loch, weil es nichts mehr zu tun gibt, was man nicht schon getan hätte. Du als Schauspieler, lieber Freddy, hast mir heute mehrfach auch durchklingen lassen, dass du dich manchmal etwas unterbeschäftigt fühlst. Und meine Damen und Herren Produzenten, schauen Sie selber, was Ihnen entgangen ist. Wer sind Sie wirklich? Eine Imitation, Sir, mit Trenchcoat-Image, nachgemacht, genau wie Sie. Er ist auch nachgemacht. Ich weiß, ich weiß und such zusammen mit Ihnen, was Ihrem Fernsehen fehlt. Und das wäre? Endlich keine Imitation in Krimis, sondern wieder ein paar Originale. Und was geht Sie das an? Ich will Ihnen dabei helfen, Sir, das ist kein Fall für zwei. Mrs. Colombo, meine Frau, sagt immer, solange Schimansky immer der Alte bleibt und nur noch Derek gegen den Strom schwimmt, weil es ja kein Kommissar mehr gibt, steht Ihnen doch das Wasser bis zum Heißtuch, Sir. Applaus Vielen Dank.